Ich befinde mich schon live in Langfeld in einem ganz normalen Garten einer ganz normalen Familie, die auf unerklärliche Weise zu Asche verwandelt würden. Wir wissen es nicht mit welcher Bedrohung wir es zu tun haben und... Oh mein Gott! Schmerz! 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 Ich lass mich zurück. Schmerz! 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 ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk